Mieten oder Kaufen, Sparbuch oder Bausparvertrag, Lebensversicherung oder Aktienmarkt. In diesem Video erzähle ich dir alles, was du zum Thema Geld wissen musst. Und ich weiß, das klingt ambitioniert, klingt fast unmöglich, denn es gibt diesen hartnäckigen Mythos, dass diese Themen investieren, der Aktienmarkt, die Börse, Immobilien, dass die kompliziert seien und nur was für bestimmte Leute. Es gibt viele Menschen da draußen, die so eine Einstellung haben von Finanzen, verstehe ich nichts. Den Wirtschaftsteil in der Zeitung überspringe ich, wenn im Fernsehen über den DAX gesprochen wird, schalte ich mindestens innerlich ab. Und ich sage gar nicht, dass du das in Zukunft unbedingt ändern musst und dich plötzlich ganz viel damit beschäftigen sollst. Im Gegenteil, ich werde dir in diesem Video einige wenige Schlüsselideen mit auf den Weg geben, die deine finanzielle Zukunft aber sehr stark beeinflussen werden. Und nachdem du das Thema Geld und Investments quasi erstmal abhaken kannst, und zwar in einem guten Sinne. Ich werde dir zeigen, dass die Grundprinzipien, auf die es wirklich ankommt, in Wahrheit gar nicht besonders kompliziert sind. Wer sich allerdings gar nicht mit diesen Themen beschäftigt, und da gibt es leider viel zu viele Leute, der hat dann doch einen erheblichen Nachteil im Leben, denn Geld macht glücklich. Wir sagen zwar immer so gerne, Geld ist nicht alles, aufs Geld kommt es im Leben nicht so an. Die meisten Studien sagen da aber eher was anderes. Ich werde mal einige Artikel zu dem Thema in der Beschreibung verlinken. Natürlich ist es nicht der einzige Faktor und natürlich lohnt es sich nicht, für Geld beliebig viele andere Dinge aufzugeben. Aber im Schnitt haben reichere Menschen ein glücklicheres, gesünderes und längeres Leben als Ärmere. Um also reicher zu werden, gilt es drei Schritte zu befolgen. Erstens Geld verdienen, zweitens nicht alles davon ausgeben und drittens das so gesparte Geld anlegen. Und da sprechen wir gleich drüber. Gut, wie du dein Geld zuerst mal verdienst, das musst du selbst entscheiden. Was die Optionen im Informatikbereich angeht, da gibt es auf meinem Kanal das eine oder andere Video zu. Irgendwie Geld verdienen tun am Ende ja wohl die meisten. Davon dann aber nicht alles auszugeben. Das ist schon eine Nummer schwieriger. Und je jünger wir sind, desto weniger haben wir in der Regel Lust, groß über die Zukunft Vorsorge und womöglich Rente nachzudenken. Ich empfehle aber mal, ein paar Minuten zu investieren und mit einem Rentenrechner trotzdem zu spielen. Auf der Finanzfluss-Website gibt es zum Beispiel einen, das ist nämlich oft echt nicht rosig und es wird auch nicht besser werden. Da die Gesellschaft altert, der Anteil der Arbeitenden in die Rentenkasse einzahlenden Bevölkerung also kleiner wird und der Anteil der Rentner gleichzeitig größer. Wenn man nun also mit diesen Zahlen spielt, dann kommt man wahrscheinlich sehr schnell zum Ergebnis, dass man besser auch privat vorsorgen sollte, dass man also Geld sparen sollte. Der beste Weg, mehr Geld zu sparen, ist, dass man immer, wenn das Einkommen einen Sprung macht, genau dann die monatliche Sparrate erhöht, seinen Lebensstil also nicht im gleichen Maße anpasst wie sein Einkommen und zumindest einen Teil des neuen Mehreinkommens gleich auf ein anderes Konto überweist, wo man es nicht ausgibt. Aber jetzt kommt der kniffligste Teil, was macht man nun mit diesem Geld? Und das Wichtigste, generell nicht unbekannte, aber manchmal vielleicht in seiner Tragweite und schaurigen Schönheit nicht vollends erfasste Konzept, lautet an dieser Stelle Zinseszinsen. Wenn ich es schaffe, dass mein Geld sich prozentual vermehrt, also dass ich nicht pro Jahr einen festen Betrag dazu bekomme, sondern einen Prozentsatz, sagen wir 5% Zinsen. Und wenn ich dann das darauffolgende Jahr wieder 5% bekomme, auch nochmal auf das Geld, das im Vorjahr dazugekommen ist, dann besteht mathematisch ein exponentielles Wachstum. Und exponentielles Wachstum, das ist die Krux, verstehen wir Menschen nicht, weil es in der Natur so nicht vorkommt. Jedenfalls nicht im Alltag, wir können das nirgends beobachten und haben deshalb so gar keine Intuition dafür. Hier ein Beispiel. Wie oft muss man ein Blatt Papier falten, damit es bis zum Mond reicht? Stell dir vor, du hast ein Blatt DIN A4 Papier und faltest es immer wieder in der Mitte. Dann wird es ja mit jedem Mal doppelt so dick. In der Praxis kann man es aber nur sieben Mal falten. Kleiner Funfact am Rande. Quasi jedes Blatt Papier muss nicht DIN A4 sein, kann man nur sieben Mal falten. Wenn man es aber theoretisch öfter falten könnte, wie oft müsste man es falten, damit es den Mond erreicht? Ein Blatt Papier. Die Antwort lautet 42. Das kann kein Mensch begreifen. Und doch kann es jeder sofort nachrechnen. Ein Blatt Papier ist etwa 0,1 Millimeter dick. Wie oft muss ich 0,1 mal 2 nehmen, damit ich die Millimeter Entfernung zum Mond habe? Mal sehen. 0,1 mal 2 hoch 42. Also 42 mal verdoppelt ist ungefähr 450 Milliarden und damit mehr als die 384 Milliarden Millimeter, die der Mond von der Erde entfernt ist. Eine Exponentialkurve wächst ganz lange kaum und explodiert dann irgendwann förmlich. Dafür haben wir einfach keine Intuition. Deswegen heißt es immer nachrechnen. Auch hier gibt es wieder einen schönen Rechner bei den Finanzflusskollegen. Wenn ich heute 10.000 Euro beiseite lege und darauf fort dann 7% Zinsen pro Jahr erhalte, dann habe ich nach 10 Jahren sage und schreibe 19.000 Euro. Nach 30 Jahren habe ich aber schon 76.000 Euro und nach 50 Jahren fast 300.000 Euro. Gedankenexperiment. Wenn ich 100 Jahre spare, werden aus meinen 10.000 Euro über 8 Millionen. Und wenn mich jemand 1000 Jahre einfriert und ich 1000 Jahre lang 7% Zinsen bekomme, dann kommt da sogar eine Zahl raus mit 33 Nullen. Viel mehr Geld, als es auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Zinseszinsen sind der Grund, warum es lebensverändernd ist, sein Geld klug anzulegen und jährlich wachsen zu lassen. Und sie sind der Grund, warum es gerade nicht sinnvoll ist, sein Vermögen aufs Sparbuch zu packen. Viele haben sicher mitbekommen, der Leitzins wurde gerade angehoben. Und wenn die Bank mir jetzt 1, 2, 3% Zinsen pro Jahr anbietet, könnte ich ja denken, wunderbar, Zinseszinsen, ich komme. Wenn da die Inflation nicht wäre. Die lag in den letzten Monaten nämlich bei über 7%. Mein Geld verliert also schneller an Wert, als es sich überhaupt vermehren kann. Deswegen ist es leider nie eine gute Idee, größere Summen langfristig in Euro auf dem Konto oder Sparbuch aufzubewahren. Der Bank sollte ich mein Geld immer nur kurz- oder mittelfristig anvertrauen. Ich habe natürlich mein Gehaltskonto für die regelmäßigen Ein- und Ausgaben und dann kann es ratsam sein, zumindest einige Monatsgelder an Puffer in einem Extratopf, zum Beispiel am zweiten Konto aufzubewahren, damit ich da notfalls schnell ran kann, wenn was passiert. Aber den Rest, das Geld, das ich hoffentlich jeden Monat fürs langfristige Sparen beiseite lege, das sollte ich besser nicht in tatsächlichem Geld behalten, sondern das sollte ich investieren. Für manche Menschen ein unheimliches Wort. Klingt nach Risiko, aber ich werde gleich mal die Option aufzeigen, die es da so gibt. Von Lebensversicherung über Bausparvertrag bis zum Aktienmarkt. Ein bisschen lohnt es sich nämlich, sich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, wer gar nicht drüber nachdenkt und sein Geld auf dem Sparbuch liegen lässt, dessen Vermögen wird von der Inflation langsam aber sicher aufgefressen. Allerdings bin ich persönlich auch gar kein Fan davon, sich viel und täglich mit Investments zu beschäftigen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es auf der einen Seite natürlich viele Menschen gibt, die sich zu wenig mit ihren Finanzen auseinandersetzen, gerade in der älteren Generation und dann im Rentenalter natürlich ein böses Erwachen haben. Es auf der anderen Seite aber gerade in meiner etwas jüngeren Follower-Shop doch auch viele gibt, die sich täglich mit Aktienbewegungen und in jüngster Zeit natürlich vor allem auch mit Cryptocurrencies beschäftigen. Und auch das ist meines Erachtens ein Fehler. Einmal, weil es gar nicht klar ist, dass da am Ende mehr Geld bei rumkommt, als wenn man quasi passiv investiert, wie ich es gleich erkläre. Und zum anderen, weil man in der Zeit so viele andere Dinge tun könnte. Zum Beispiel generell an seiner Karriere arbeiten, an seinen Beziehungen, an seiner Bildung. Man kann Neues lernen, kann sich kreativ ausleben und besonders gut geht das auf Skillshare. Die haben das heutige Video gesponsert. Kuss und Gruß gehen raus an Skillshare. Vielen Dank für die Unterstützung. Wenn du nicht so oft das Internet benutzt und Skillshare dir daher unbekannt ist, dann halt dich fest, denn Skillshare ist eine Online-Lerngemeinschaft mit Tausenden von Kursen aus allen möglichen Bereichen. Ob du ein Instrument lernen willst, Grafikdesign, kreatives Schreiben, Skillshare hat einen Kurs für dich. Auch im Karrierebereich gibt es einiges. Wenn du also an der ersten Schraube des Vermögensaufbaus drehen willst, dem Geld verdienen, dann guck dir mal den Kurs E-Commerce Essentials von Tracy Wallace an. Dort wird nämlich Schritt für Schritt erklärt, wie man ein erfolgreiches Online-Business aufbaut. Und das Coole an Skillshare ist, dass man sich nicht nur stumpf die Videos anguckt, sondern die Teilnehmer anschließend auch untereinander diskutieren und in dem Fall ihre fertigen Online-Stores austauschen können. Der besagte Kurs ist auf Englisch, aber alle Skillshare-Kurse kommen mit deutschen Untertiteln und manche sind sogar komplett auf Deutsch. Daher zögere nicht, denn nur die ersten 1000 Leute, die sich über meinen Link in der Beschreibung anmelden, können Skillshare einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Viel Spaß damit und damit zurück zum Video. Wenn es also nicht gut ist, sein Geld einfach auf dem Konto oder auf dem Sparbuch zu behalten, was soll man dann damit tun? Da gibt es etliche Optionen von privaten Renten- und Lebensversicherungen über Bausparverträge und natürlich generell Immobilieninvestments bis hin zum Aktienmarkt. Das Wichtigste ist, sich vor allem nicht beraten zu lassen. Und damit meine ich, sich nicht beraten zu lassen von jemandem, bei dem man den Vertrag dann hinterher auch abschließen kann oder das Investment tätigen kann. Bankberater sind eine ganz schwierige Angelegenheit, weil selbst die Netten und Kompetenten am Ende eben doch Verkäufer sind. Sie haben immer einen Interessenkonflikt, weil sie eben für eine bestimmte Bank mit einem bestimmten Portfolio an Angeboten arbeiten. Wenn du dir Rat holst, dann bitte nur von jemandem, der dir sonst garantiert nichts anzubieten hat. Die gute Nachricht ist aber, dass man eh gar nicht so viel Beratung nötig hat, denn die meisten dieser Angebote sind einfach schlecht. Altersvorsorgepläne in Form privater Lebens- oder Rentenversicherungen gibt es wie Sand am Meer. Und man könnte sich ewig über die Details und Unterschiede informieren. Aber sie alle haben gemein, dass sie relativ unflexibel sind, es viel Kleingedrucktes zu lesen gibt und vor allem, dass sie sich nicht wirklich zum Vermögensaufbau eignen. Klar gibt es minimale Vorteile hier und da. Das eine Produkt ist lukrativ, wenn man ungewöhnlich lange lebt. Das nächste bietet Steuerersparnisse, aber diese Vorteile verblassen im Vergleich zu alternativen Investments, bei denen man eben wirklich vom magischen Zinseszins profitiert. Die wirklich sicheren Lebensversicherungen, die im Hintergrund ihr Kapital beispielsweise in deutsche Staatsanleihen investieren, bieten quasi gar keine Zinsen. Und die fondgebundenen Versicherungen sind letztlich einfach schlechtere Versionen, weil mit zusätzlichen Kosten verbunden im Vergleich zum direkten Investieren in Aktienfonds. Bleibt noch der Bausparvertrag. Gerade in Deutschland durchaus nicht unbeliebt, aber rational auch eher schwer zu verteidigen. Beim Bausparen gibt es zwei Phasen. Erst die Sparphase, in der man regelmäßig Geld beiseite legt und darauf dann ziemlich mickrige Zinsen bekommt, die wie immer nicht mal die Inflation ausgleichen. Und anschließend erhält man einen Kredit zu Konditionen, die vorher festgelegt wurden. Da kann man dann durchaus Glück haben und die Konditionen mögen etwas besser sein als die eines normalen Baukredits. Aber um das toll zu finden, müsste man erstmal generell Anhänger der Idee sein, einen Kredit aufzunehmen, um damit ein Haus zu bauen oder ein Haus zu kaufen. Und damit kommen wir zum besonders wichtigen und kritischen Thema Immobilien. Es ist ein emotionales Thema, der Traum vom Eigenheim, weil es eben wirklich für viele ein Traum und ein Zeichen besonderen Wohlstands ist. Und ich will gleich sagen, es gibt Argumente fürs Kaufen. Das Gefühl, das ist mein Haus, selbst wenn es eigentlich noch gar nicht stimmt und es der Bank gehört, dieses Gefühl hat natürlich schon mal einen Eigenwert. Und die Möglichkeit, viel einfacher und unkomplizierte Änderungen am Haus vorzunehmen, im Extremfall des Hausbaus vielleicht das ganze Haus von Anfang an nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, das ist toll und ein gutes Argument fürs Kaufen. Aber es erschreckt mich immer wieder, wie viele Menschen es auch in meinem Freundeskreis gibt, die sich einreden, indem sie einen Kredit aufnehmen, sich Geld leihen, dass sie da gerade ein Investment machen. Dass das eine finanzielle Entscheidung sei. Das geht manchmal so weit, dass sie sich übers Mieten sogar lustig machen. Vielleicht hast du schon mal jemanden gehört, der ganz selbstbewusst predigt, Mieten sei aus dem Fenster herausgeworfenes Geld. Das ist wirklich Unsinn. Und das hören die Hauskäufer oft nicht gerne, weil das Thema für sie ebenso emotional ist. Und dann versuchen sie zu argumentieren, wer mietet, steht am Ende mit leeren Händen da, aber wenn der Hauskredit erstmal abbezahlt ist, dann steht da am Ende ein Haus. Greifbarer physischer Wohlstand, viel Wert und viel konkreter als irgendwelche Aktieninvestments. So einfach ist es leider nicht. Erstmal gilt es ehrlich anzuerkennen, welche Nachteile ein Hauskauf hat. Es ist eine unglaublich starke Bindung. Eine Festlegung auf Jahre oder Jahrzehnte. Karriereoptionen, Lebenseinstellungen, Lebenspläne, Paarbeziehungen können sich ändern. Und eine Immobilie und der damit verbundene Kredit können zum Klotz am Bein werden. Zweitens wirft jeder, der einen Kredit aufnimmt, natürlich genauso Geld zum Fenster raus, weil er ja Zinsen zahlt. Auch das ist Geld, das man nicht anlegt und das nicht wiederkommt. Und selbst wenn die Zinsen niedriger sind als die potenzielle Miete, reicht auch das noch lange nicht aus. Denn drittens ist ein Haus ja auch darüber hinaus mit beträchtlichen Kosten verbunden, die nicht immer planbar sind und von vielen unterschätzt werden. Die Instandhaltung einer Immobilie passiert nicht von alleine. Vieles kann schief oder kaputt gehen, um das sich normalerweise der Vermieter kümmern würde. Viertens ist der Kredit fürs Eigenheim eine gefährliche Kombination von emotionalem Interesse und finanziellem Kalkül. Denn wenn wir das mal als Investment betrachten, auf die Wertsteigerung des Hauses hoffen, dann kann ich doch nicht ernsthaft annehmen, dass genau dort, wo ich leben möchte, zufällig auch das beste Investment wartet. Das wäre ja der Zufall des Jahrhunderts, dass wenn ich mir überlege, in welcher Immobilie ich am liebsten wohne und welche Immobilie andererseits das beste finanzielle Investment ist, dass da zufällig genau das Gleiche herauskommt. Und selbst wenn ich ein Haus kaufe, um es zu vermieden, andere darin wohnen zu lassen, dann habe ich fünftens ein sogenanntes Klumpenrisiko. Ich setze alles auf eine Karte, investiere mein Vermögen und vielleicht sogar mehr als mein Vermögen auf Kredit in dieses eine Haus, an diesem einen Ort, in diesem einen Land. Niemand kennt die Zukunft. Niemand weiß, was für Katastrophen, Kriege, gesellschaftliche Änderungen vor uns liegen. Und dass dieses eine Haus nicht auch an Wert verlieren kann, ist nicht gesagt. Um all diese Nachteile auszugleichen, müsste der Hauskauf wirklich sehr gute Renditen liefern. Und zwar, das ist der wichtigste Punkt im Vergleich zu den Alternativen. Denn das Geld, das ich zum Beispiel für die Anzahlung auf das Haus nutze, würde ich ja stattdessen eben nicht einfach auf dem Sparbuch lassen, sondern, sagen wir, in den Aktienmarkt investieren und dort von Zins und Zinseszins profitieren. Ja, im einen Fall habe ich am Ende ein Haus, aber auch im anderen Fall habe ich mir ein Vermögen aufgebaut. Womit stehe ich am Ende besser da? Das sollte man nicht grob schätzen, sondern sorgfältig nachprüfen. Und auch hier hat Finanzfluss mal wieder einen praktischen Online-Rechner für uns, der uns in vielen Fällen eben aufzeigt, dass das Kaufen eben nicht der kluge finanzielle Schachzug ist, für den ihn so viele halten. Dennoch gibt es, wie gesagt, emotionale Gründe, Lifestyle-Gründe fürs Kaufen. Das ist recht und billig, sollte man dann aber offen zugeben und sich eingestehen, dass es eine Lifestyle-Entscheidung ist. Ja, was ist dann die rationale Entscheidung? Was ist der klügste Weg, sein Geld anzulegen? Und da kommen wir, ihr habt es geraten, auf die Börse zu sprechen. Investieren in den Aktienmarkt. Bei den einen löst das Unbehagen aus, fühlt sich riskant und womöglich spekulativ an. Andere sind Feuer und Flamme und meinen, sie könnten dort durch kluge Schachzüge besondere Renditen erwirtschaften. Beide Gruppen liegen in meinen Augen falsch und die Studienlage ist da glücklicherweise auch klar auf meiner Seite. Aber was sind Aktien überhaupt? Sie sind Anteile an Unternehmen. Manche Firmen haben einen konkreten Besitzer. Bei anderen ist der Besitz in ganz viele gleich große Stücke aufgeteilt, die sogenannten Aktien. Uns interessieren hier vor allem öffentliche Unternehmen. Das sind Unternehmen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden. Sprich, wenn ich meine Aktien verkaufen will, dann muss ich nicht erst jemanden finden, der sie kauft, sondern ich verkaufe an irgendeinen anonymen Käufer im Aktienmarkt. Mit Aktien kann man nun auf zwei Arten Geld verdienen. Erstens kann das Unternehmen Gewinn machen, also quasi Geld überhaben, dass es auch nicht wieder neu in das Geschäft investiert. Dieses Geld wird dann an die Aktionäre ausgeschüttet, die sogenannte Dividende. Zweitens haben die Aktien eines jeden Unternehmens je nach Angebot und Nachfrage einen Wert. Der kann steigen. Und wenn ich also meine Aktien für mehr verkaufe, als ich sie eingekauft habe, dann mache ich Gewinn. Ja, aber was, wenn das Unternehmen im Wert sinkt? Wenn der Aktienkurs einbricht? Diese Möglichkeit, dieses Risiko ist es, was vielen Leuten beim Investieren zu Recht ein mulmiges Gefühl gibt. Man kann sein Geld verlieren. Es sei denn, man wendet einen klugen Trick an und der lautet Diversifikation. Denn bei jedem einzelnen Unternehmen habe ich natürlich die Chance, dass es im Wert entweder steigt oder sinkt. Wenn ich nun aber in ganz viele Unternehmen gleichzeitig investiere, dann gleichen sich diese Bewegungen aus. Einige Aktien werden steigen, einige sinken. Und je mehr verschiedene Unternehmen dabei sind, desto geringer mein Risiko, insgesamt Geld zu verlieren. Und wenn ich in so viele Aktien gleichzeitig investiere, dass ich wirklich Unternehmen aus allen möglichen Industrien und aller Herren Länder abdecke, dann wird es extrem unwahrscheinlich, dass der Gesamtwert plötzlich stark einbricht. Natürlich sei gesagt, dass es ebenso unwahrscheinlich wird, dass er plötzlich in die Höhe schießt. Das Gute ist aber, dass der Aktienmarkt insgesamt, die Weltwirtschaft langfristig immer wächst. Und das Stichwort ist langfristig. Dass der gesamte Aktienmarkt nach unten geht, kann durchaus mal passieren. Zum Beispiel als Corona ausgebrochen ist, da sind die Märkte ganz schön eingebrochen. Aber sie haben sich auch wieder erholt. Sie haben sich nach allen Krisen immer wieder erholt. Dass die Weltwirtschaft kollabiert und sich auch langfristig nicht mehr erholt, ist ein apokalyptisches Szenario. Und keine Sorge, mit der man sich als Privatanleger ernsthaft beschäftigen muss. Für uns ist die entscheidende Erkenntnis langfristig. Wenn ich über 15 Jahre und mehr anlege, geht es quasi garantiert bergauf. Und da kommt dann eben auch der magische Zinseszinseffekt zum Tragen, der mich viel reicher machen kann, als alle im Video erwähnten alternativen Vorsorgeoptionen. Von denen nochmal einige, wie das Sparbuch mein Vermögen, dank Inflation ja sogar zuverlässig reduzieren. Und das Beste, es ist gar nicht schwer, in Tausende von Aktien gleichzeitig zu investieren. Das klingt zwar erstmal kompliziert, aber Gott sei Dank gibt es ETFs, börsengehandelte Indexfonds, die quasi ganz viele Aktien zu einem Paket zusammenschnüren. Einmal im Monat geht per Dauerauftrag ein Geldbetrag von meinem Konto ab und wird automatisch in den FTSE All World ETF investiert. Das ist ein Bündel von Aktien aus aller Welt, das die Weltwirtschaft ziemlich gut abdeckt. Passives Investieren nennt man das, denn ich habe da überhaupt keine Entscheidung mehr zu treffen. Ich gucke in mein Aktiendepot auch gar nicht groß rein. Ob der Aktienmarkt gerade steigt oder fällt, kümmert mich herzlich wenig, denn ich investiere langfristig und kurzfristige Schwankungen sind da nicht so entscheidend. Es ist sogar besonders wichtig, da auch keine kalten Füße zu kriegen, wenn die Märkte fallen. Es wäre ein fataler Fehler, sein Geld gerade dann herauszunehmen oder das monatliche Investieren zu unterbrechen, denn damit hätte man nur die Nachteile, aber eben nicht die Vorteile eines Absturzes. Ja, es hat auch einen Vorteil, wenn die Märkte fallen, denn man kann die Aktien dann nämlich günstiger einkaufen. Das heißt, mein Gesamtvermögen ist zwar gerade im Wert gesunken, dafür kriege ich für meinen monatlichen Eurobetrag, meine Lastschrift, mehr Aktien als sonst, die dann später wieder reichlich an Wert gewinnen werden. Zu versuchen, beim Kaufen und Verkaufen immer einen besonders günstigen Zeitpunkt zu erwischen, womöglich die Aktien einzelner Unternehmen strategisch zu kaufen und zu verkaufen, das wäre dann aktives Investieren. Das kostet viel Zeit, viel Nerven und bringt einem im Schnitt gar nicht mehr Geld als der passive Ansatz. Immer wieder hat sich gezeigt, dass die meisten selbst professionellen Fondsmanager weniger gute Renditen erzielen, als wenn sie einfach gar nichts gemacht und passiv breit gestreut investiert hätten. Gute Nachrichten für diejenigen von euch, die das Thema Finanzen und Investieren, so wie ich, am liebsten einmal abhaken und sich dann mit anderen Dingen beschäftigen wollen. Klar gibt es noch ein paar Entscheidungen zu treffen, welchen Broker man auswählt, in welchen ETF man jetzt genau investiert. Fuzzi All World ist nicht die einzige Option, sondern es gibt viele weitere. Einige setzen Schwerpunkte auf bestimmte Geografien oder bestimmte Industrien. Es gibt zum Beispiel ethische oder grüne ETFs, die versuchen nur nachhaltige Unternehmen auszuwählen. Es gibt da also vielleicht doch noch ein paar Dinge zum Thema Geld, die nicht in diesem Video abgedeckt sind. Und jetzt darf mich die Clickbait-Polizei gerne verhaften. Wobei es ja eingangs darum ging, zu erklären, was du zum Thema Geld wissen musst. Man kann sich immer noch weiter informieren. Man kann versuchen, die passive Strategie weiter zu optimieren. Man kann sich am aktiven Investieren versuchen, kann in die Welt der Kryptowährung eintauchen und so weiter und so fort. Aber wer es nicht tut, der verpasst halt auch nicht viel. Wer allerdings sein Geld unbedacht auf dem Sparbuch liegen lässt oder wer blind glaubt, dass Kaufen immer besser sei als Mieten, der verpasst eben doch was. Der hat finanzielle Nachteile im Leben und dem hat ja dieses Video vielleicht ein paar interessante Denkanstöße bieten können. Die Inspiration für das Video war natürlich das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Spiegel Bestseller Platz 1. Ich habe es in diesem Video also nochmal für euch weiter zusammengefasst, umsortiert und in meinem eigenen Stil wiedergegeben. Genau das hatte ich dem Autor Thomas von Finanzfluss ja auch schon angedroht, als er bei mir im Podcast war. Ich kann die Lektüre auf jeden Fall sehr empfehlen. Das Buch schließt die Lücken, die dieses Video noch gelassen hat. Und wenn du Lust auf mehr Videocontent hast, dann abonniere natürlich den Kanal und guck vielleicht mal hier dieses längere Gespräch zwischen Thomas und mir oder auch ein bisschen passend zum Thema Geld hier ein kleiner Vlog meiner Frankfurtreise. In jedem Fall mach es gut und bis zum nächsten Mal. In jedem Fall